guten moin und herzlich willkommen hier bei going medieval wir sind hier gerade unter tage hier was reingebuddelt und wollten ja unter tage wollten machen haben gemacht ich sind ja schnell hier breit und das geht ja Moment, stopp, 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 stopp. Hofpuppe, Wunder von Ungern. Also junge Dame, das sieht nicht wie vor Ungern aus. Es sitzt hier an dem schönen Tisch. Nein, jetzt kann ich keinen mal gucken. Das ist überall schon drin. Oh ja, ich habe Hunger. Wie? So, Anna buddelt jetzt, genau. Warum ging es hier? Anna buddelt hier unten. Wir müssten dann, in der letzten Staffel, ich lerne ja manchmal dazu, hat er gesagt, nee, keine Böden, nee, dann nöcht. Die, nee, wir müssten die einschneiden, gleich bleiben. Und mir geht es darum, dass wir die Nahrung jetzt hier runterstellen. Hier sind ja nur 5 Grad. Also machen wir hier als erstes eine Tür hin. Vielleicht hilft das ja. Und hier, oh, jede Menge Erde. Und, ich glaube, Warn ist da. Weihnacht ist da. Das wollten wir beim letzten Mal holen. Ich werde alt. Ich werde zu alt, oh Gott. So, ähm, cool. Dann ist die Frage, haben die noch irgendwas, was wir gebrauchen können. Wackeln, nein, Edelwein. Und das können wir uns noch grober weinen. Den guten Banner mit Rattenfell muss nicht sein. Hühner haben wir zufällig genügend. Nicht so wirklich. Bambi gehört uns. Borek gehört uns. Bambi gehört uns. Bambi gehört uns. Sieben brauchen wir ja nicht kaufen, ne? Da haben wir ja zufällig genug. Wie viel wollt ihr jetzt dafür haben? Mit ein bisschen Trinkkälte. Nein, 93 wäre das. Nein, 93 wäre das. Und dann geht das weiter. Hier Alkohol und... Ich habe mir gerade einmal angelesen, wie hieß es, das Flughafenaufstieg wegen Bau. Ja, aber weitergekommen ist sie noch nicht wirklich hier. Gut, Anna ist jetzt gerade woanders beschäftigt. Sollte vielleicht erst mal hier was machen. Ich sag mal, das Loch da im Boden... Also hier, ja, wir buddeln es, aber es ist jetzt noch nicht... Und danach kannst du produzieren. Damit ich das richtig sehe. Und dann ist da noch Material, ein Rohmaterial. Mindestens 323 Erde wieder da. Das ist ja eine ganze Menge. Na los. Plupp. Nochmal drei hochziehen sie. Sie ist hungrig. Dann muss ich hier mal... Warte mal. Sie wird das hier auf jeden Fall hinbekommen. Ich glaube fest an sie. Oh, wir haben dann doch genug Holz, ne? Holz geht hier kaputt, wenn es auf der Erde liegt. Also mach da mal einen Boden drunter. Oh, die ganzen Tierschen. Schauen wir mal wie immer nach. 34%. 0%. 0%. 96%. Kannst du das Tier trainieren? Ne, kann sie nicht. Ich hoffe ihr. Müssen wir dann gleich mal schauen. Gut, also da oben erstmal 49% bei... Violett. Violett, Entschuldigung. Unbenannt, natürlich. Unbenannt, natürlich. Und 50%. Der ist nicht unbenannt. Der ist Esel. Hier schon 69%. Gut, 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 gut. Das heißt, mit viel Glück haben wir am nächsten Tag ein weiterer Ziegel. Das war jetzt... Ich habe versucht, das Ganze positiv auszudrücken. Wir haben die, ja, haben die zwei Ilte, sind weg. Gingensweise, Wenerik ist noch dabei. Das heißt, wir haben wieder Fleisch, wir haben wieder... ...die ganze Menge von unseren Kram, aber das brauchen wir ja nicht. Wie sagen, uns geht es gut, aber... ...lachsam läuft das doch so, Anna. Nee, kann nicht begonnen werden. Das noch nicht. Oh, 20. Überhaupt. Einheit ist gleich da. Ist gleich da. Ja, was ich zwischendrin mal gemacht habe... ...die Schilder richtig benannt, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also, die Schilder richtig gesetzt. Mit Hammer für... ...wieder und den ganzen Spaß. Ja, auch mit... ...ja, mit dem Fußball, ja. Oh, da könnte man die Farben erinnern, ne? Nicht so prickelnd aus. Oh, Fluffy und Fl... Ach du Scheiße. Entschuldigung. Oh mein, die Güte. 3, 4, 6. 10, 12. 16, 17. 17. 17 Hühner. Jungenwölf ist schon erstmal weg. Da muss ich zu Weihnachten eindeutig wieder... ...ein Braten geben. Alle bis auf Anna greifen an. Also, ja, die... ...Wölfe müssen dann mal weg. Fehlt aber noch einiges. Downloads. Da sind dann schon doch einige... ...äע... Schlechtes deutsch. Ich glaube die Jagd zählt als Umgang mit Tieren. Dieses Tier führt sie am Strick. Am Bühel. Das ist natürlich jetzt diese Nacht. Haben die natürlich eine ganze Menge zu tun. Sie sind natürlich auch dementsprechend erschöpft. Ja. Aber wenn das dann alles weg ist an das Tier. Hier. Genau so. Dann kommen die wenigstens nicht an und fressen unser Zeug alles. Aber die Ratte dürft ihr gerne noch weg machen. Das ist ja mal das Problem. Die wenigstens spät hier. Ja fast. Fehlt. Boom. Los bitte. Das musst du nach oben nicht treffen lernen. Das sieht irgendwie interessant und gut aus wie er da steht. Neopal. Dann verfolgen wir dich. Dann wird auch nur ein Wolf gejagt von Alma. Ja. Dann lassen sie sich erstmal zu. Dann muss der Partner dort sein. Und die hier. Also angeschossen sind beide. Also angeschossen sind beide. Und der Wolf ist weg. Und das ist alles weg. Also eigentlich war das jetzt nicht so gedacht. Dass wir jetzt schauen. wie die hier irgendwas abschießen. Definitiv nicht gedacht. Aber ja. Dann haben wir jetzt eine ganze Menge. Ähm. Da haben wir. Vielleicht liegt schon was her. Wir haben wieder genug Fleisch. So. Dann war das heute mal eine ungeplante Jagd. Und. Ich sag es mal so. Ich hoffe. Hat euch trotzdem gefallen. Dann sehen wir uns. Beim nächsten Mal wieder. Genau. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Und. Bis zum nächsten Mal. Ciao.